So, da bin ich wieder. Hey, du, ja, ja, ich meine ich, ich bin's, Brian. Brian von The Kumquatsch, weißt du doch schon, oder? Hast nicht vergessen, gell? Ah, jetzt bin ich aber froh, dass du mich nicht vergessen hast. Und ich kann dir schon wieder was erzählen, weißt du was? War ich doch neulich im Büro von Opa Ray, sitze ich da so ganz still und da kommt dann einer zu Besuch. Ja, und der wollte natürlich vom Opa Ray, weil der Opa Ray, glaub mir, der ist ganz schön schlau, ich passe da immer genau auf, der wollte vom Opa etwas wissen. Und zwar wollte der wissen, woran man Erfolg misst. Hm, das war für mich auch interessant, weil da hatte ich keine Ahnung davon. Weißt du, ich habe schon erfolgreiche gesehen im Fernsehen. Ja, Sena und Turner und Skifahrer und Schlimmer und Olympioniken und Geschäftsleute. Aber woran erkennt man denn das? Hm, weißt du, was der Opa Ray zu dem gesagt hat? Der Opa Ray zu dem gesagt hat? Der Opa Ray hat gesagt, du, pass mal auf, wenn du erfolgreich bist, das merkst du daran, wenn du über deine Schulter zurückschaust und dir laufen viele, viele Menschen nach. So einfach ist das. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.